Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und ja, das ganze Video dreht sich heute um das Oculus Quest 2 Elite Strap. Und ja, ich habe es bekommen und es gibt heute ein kleines Unboxing. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Info. Der Verkauf wurde momentan gestoppt, so wie es aussieht. Und diese Info gucken wir uns gleich mal an. Wir machen ein Unboxing. Ich montiere das Ding an die Oculus Quest 2. Ich setze das hier mal auf und schildere mal ganz kurz meinen Eindruck, meinen Ersteindruck. Und ja, jetzt geht es erstmal los mit dem Intro und danach geht es weiter mit den News. So wie es aussieht, gibt es momentan einen Ausfalllieferungsstopp des Elite Straps für die Oculus Quest 2. Und warum, wieso, weshalb? Scheinbar ist es ein Materialfehler, warum jetzt da erstmal ein Ausfalllieferungsstopp stattgefunden hat. Und ja, ihr kennt alle wahrscheinlich die Bilder. Ich habe es auch in den News schon mal gezeigt. Und zwar sehen wir hier, dass es hier Risse gibt. Und ja, das bei normalem Gebrauch der Brille und des Headstraps und ist natürlich schlecht. Es soll nur ein kleiner Teil betroffen sein, der Geräte, sage ich mal, die ausgeliefert wurden. Es betrifft nicht alle und der Patrick von die Zockstube hat ein cooles Video dazu gemacht. Er misshandelt quasi seinen Elite-Strap und es bleibt heil. Er zieht es auch oft genug an und ab und an und ab und da reicht nichts. Von daher, das bekräftigt nochmal die Vermutung, dass es nur ein kleiner Prozentsatz ist, der da betroffen ist. Und ja, dieser kleine Prozentsatz reicht Facebook, um jetzt zu sagen, so Leute, stopp. Wir verkaufen jetzt erstmal keine Elite-Straps mehr und gehen dem Problem erstmal auf den Grund. Gucken mal, was da jetzt das Problem ist. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass eventuell Kunststoffgemisch nicht in Ordnung ist, bei der ersten Charge vielleicht. Und ja, aber das sind alles nur Mutmaßungen, da muss man jetzt echt abwarten. Und ja, Besteller haben von Facebook eine E-Mail bekommen und da steht dann drin, wir möchten Sie darüber informieren, dass wir Ihnen Ihren Quest 2 Elite-Riemen nicht zum voraussichtlichen Versanddatum liefern können. Wir untersuchen derzeit Kundenberichte zur Qualität. Wir gehen davon aus, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz des Elite-Strap-Zubehörs vom Problem betroffen ist. Da uns sehr daran liegt, unseren Kunden stets die bestmögliche Qualität und bla 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 bla. Und ja, deshalb haben die den Versand der Lagerbestände, die die noch hatten, jetzt erstmal auf Eis gelegt. Dann gehen dem Ganzen auf den Grund und das finde ich auch super. Also ist eigentlich genau die richtige Reaktion, sage ich mal. Erstmal gucken, was ist das Problem? Welche Charge hat das Problem? Besteht das eventuell nur bei der ersten Charge, die ausgeliefert wurde oder auch schon in der zweiten und dritten und vierten. Ich weiß nicht, wie viele da momentan ausgeliefert wurden und produziert wurden. Aber wenn die dem nachgehen, okay, dann werden die das rausfinden. Und ja, ich bin gespannt, ob ich auch davon betroffen bin. Weiß man natürlich nie. Und wenn es so ist, werde ich natürlich auch ein Video dazu machen, euch das genau zeigen und auch meinen Bericht dazu abliefern, sage ich mal, wie das passiert ist. Und ja, ich hoffe, ich bin nicht betroffen, aber man weiß ja nie. So, schauen wir uns mal ganz kurz nochmal ein anderes Bild dazu an. Und ja, das sehen wir hier. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gezeigt in meiner News-Sendung. Und ja, das sieht jetzt aus wie ein anderer Riss. Halt auf dem anderen Foto war es ein bisschen feiner, da ist ein bisschen gröberer Riss. Aber gut, das Ding reißt und das ist schlecht. Von daher, es gibt auch noch ein Bild, das habe ich jetzt gerade nicht parat. Da ist es irgendwo in der Mitte einfach durchgerissen und der Typ hat geschrieben auf Reddit. Ich habe es ganz normal benutzt, vier Tage lang. Er ist Beat Saber-Spieler und guckt natürlich, dass das Headstrap gut sitzt, ja, das fest sitzt. Und dann ist es einfach mittendurch einfach fast komplett durchgebrochen. Also war nicht mehr viel, was da festhielt und ist natürlich schlecht. Und da müssen wir jetzt echt abwarten, was da passiert und was Facebook darüber schreibt. Und ja, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn ich mehr erfahre. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu meinem Elite-Strap. Ich packe das erstmal aus und montiere das mal an der Quest und dann schauen wir mal weiter. Ja Leute, packen wir das Paket mal aus hier. Das Quest 2 Elite-Strap und ja, erstmal hier. Wir haben hier wieder so eine schöne, wie bei der Quest 2, einfach so einen Streifen, wo man das Ganze abziehen kann. Wenn nachher besondere Sachen sind, die kann ich euch gerne auf der Kamera zeigen, die ihr hier oben seht. So, das ist auch nochmal so eine Art Tesa-Streifen. So, packen wir das mal weg. Also die Kartons sind immer ganz toll, muss ich sagen, ne? So. Ich sag ja schon am besten so in groß. Hier haben wir das Elite-Strap. Ist hier in so einer Art, einfach in so einem kleinen Karton. Und was haben wir sonst noch? Ja, hier haben wir wieder diese ganzen Guides, ne? Die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Und ja, das war es eigentlich. Können wir ganz kurz, ganz kurz auf die große Kamera schalten hier. So, ihr seht das auch nochmal. Aber hier wird keine versteckte Quest mehr drunter sein. Schade. Wäre cool, wenn da noch eine drunter gewesen wäre. So. So, dann gucke ich mir das Ganze mal an. Genau hier seht ihr die Stelle immer, wo es reißt. Das muss wohl immer hier sein. Weil auf allen Bildern sieht man diese schwarze Stelle hier, ne? Diesen Kopfhalter, der hinten anliegt. Und da drehe ich mir einfach hier an diesen Mechanismus. Ja, so kann ich es festziehen. So gebe ich wieder ein bisschen Stoff. So, jetzt kann ich das Ganze nochmal kurz in groß zeigen, dass ihr das so seht. Das ist eigentlich gar nichts so Besonderes, ne? So, wir haben hier die Kopfschlaufe. Die können wir mal kurz hier abmachen. So, den müssen wir nachher irgendwo noch durchführen. Müssen wir gleich mal gucken. So, jetzt nehme ich mir mal die originale Quest 2 Halterung vor. Und die können wir ganz einfach öffnen oder demontieren, indem wir einfach hier so ganz leicht ziehen. Ganz leicht ist gut, aber man muss ein bisschen vorsichtig sein. Man will natürlich nichts abreißen. Das Ganze mache ich hier jetzt auch. Und man sieht, das Ganze ist einfach nur gesteckt hier, ne? Hier sehen wir diese Teile. Ich habe den Zoom extra dran gelassen, damit ich auch mal ein bisschen näher heranzoomen kann. Den Auto-Zoom. So, hier sehen wir diese Stellen, ne? Wo das Ganze geführt ist. Und ja, hier haben wir jetzt auch nochmal die Stelle, wo nachher hier die Schlaufe durch muss vom Elite-Strap. Ich würde sagen, wir entfernen erstmal das Polster hier, dann wird es auch einfacher. So, da muss das nachher durchgeführt werden. So, und so einfach ist das Halter schon mal demontiert. Und jetzt gehen wir einfach hin. Führen das Teil dann wieder hier durch diese kleine Lasche. Einfach ist gut, ne? Da muss man schon ein bisschen fummeln. So, jetzt habe ich es aber. Jetzt hat er verloren. So. Jetzt kann man das Ganze einfach hier wieder aufstecken. Wird einfach nur geklickt. Einfach zack, zack dran. So, und auf der anderen Seite auch. So. Schon ziemlich easy gemacht, muss ich sagen. Dann können wir auch das Face-Cover wieder aufsetzen. Wenn es denn nochmal hält. So, jetzt haben wir es aber. So, das war es schon. Jetzt gehe ich nochmal in die Vollaufnahme. So, hier haben wir das Ganze schon mal drauf. Und ja, ich ziehe mir das jetzt mal an. Ich ziehe dafür aber meine normale Brille aus. Weil ich habe die VR-Optiker-Linsen drin. So, jetzt kann ich das einfach hier anziehen. Den kann man natürlich erstmal noch locker lassen. So. Und ich muss sagen, ist schon angenehm. Also es liegt hinten super schön gemütlich an. Schmiegt sich quasi so ein bisschen um den Hinterkopf. Und bei dem originalen Strap habe ich schon mal das Gefühl, dass ja hier schon mal ein bisschen drückt. Habe ich jetzt hier überhaupt nicht. Und ist auch nicht mehr so mega frontlastig das Ganze. Mir drückt die Quest 2 immer so ein bisschen leichter auf den Nasenrücken. Und ja, das habe ich jetzt hier fast gar nicht mehr. Klar, die berührt noch ein bisschen bei Bewegung. Aber also echt top, muss ich sagen. Ich bin echt begeistert. Ich bin auf meine erste Spielsession gespannt. Und natürlich ist es sehr wichtig, dass man beim Auf- und Absetzen auch immer wieder zu- und aufdreht. Damit man nicht irgendwo hier groß dran zieht und wackelt und reißt. Und ich hatte auch ein Bild gesehen. Da ist es echt hier in der Mitte einfach gerissen. Und boah, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das passieren kann. Klar, hier hinten kann es natürlich sein. Hier ist ja auch der Mechanismus, wo das Ganze dann wieder reingezogen wird. Ich gehe mal ein bisschen näher dran. Das kann ich, glaube ich, hier besser zeigen als auf der anderen Kamera. Auf jeden Fall, hier zieht sich das ganze Band ja wieder rein. So. Und genau an dieser Stelle reißt es ja auch irgendwann. Natürlich ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wenn es am Hinterkopf anliegt und man spannt das Ganze. Dass natürlich da an irgendeiner Ecke dann ziemlich ein Zug drauf ist. Und ja, wenn die Materialfehler haben, dann kann es natürlich da auch reißen. Und ja, bisher sieht es ganz gut aus. Ich kann es jetzt noch mal leicht demontieren. Mal ganz kurz, um auch mal zu zeigen, wie flexibel das Ganze ist. Hätte ich fast schon vorher machen können, oder? Also, jetzt gucken wir mal. Also, das sieht echt... Also, es fühlt sich jetzt überhaupt nicht brüchig an. Oder dass man... Man hat ja schon mal das Gefühl, bei Plastik, wenn man irgendwas bewegt... Okay, an der Stelle sollte es jetzt nicht mehr weitermachen, aber das hat man hier jetzt überhaupt nicht. Also, ich bin echt gespannt, nach ein paar Tagen Test, wie sich das Ganze dann verhält. Ob ich auch einen Elite-Strap bekommen habe, was diesen Fehler hat. Und ja, dann wird es natürlich auch ein neues Video geben. Aber bisher muss ich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie reißen würde. Aber gut, das muss man mit der Zeit sehen. Dieser Mechanismus zum Zuziehen, der legt dann natürlich auch einen ganz anderen Zug drauf, als ob man jetzt hier irgendwie was bewegt oder hin und her wackelt. Das ist natürlich eine ganz andere Kraft, die man so gar nicht simulieren kann. Also, das Gummi hier fühlt sich... Das ist jetzt wirklich ein ganz normales Gummi, was man auch wahrscheinlich mit einem feuchten Lappen ohne Probleme abwaschen kann. Das ist kein richtiger Stoff oder so. Und der fühlt sich aber echt sehr angenehm am Hinterkopf an. Und ja, ich bin echt schon gespannt auf meine erste Spiel-Session. Und ich bin euch noch Blair Witch schuldig, weil ich ja gesagt habe, wenn das Video 40 Likes bekommt, werde ich weiterzocken und wird es definitiv geben, Leute. Momentan ist es zeittechnisch echt schwierig, weil ich so viele Sachen noch testen kann. Und Videos machen muss. Aber kommt definitiv. Also, stay tuned. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. War eine kleine... Ja, eher so eine kleine Infoveranstaltung, damit ihr auch wisst, dass da momentan eventuell Materialfehler herrscht und Facebook das abklärt. Das wollte ich auf jeden Fall mit euch mal besprechen. Und ja, natürlich das Unboxing, das kleine Montage. Habt ihr auch gesehen, wie easy das ist. Also, das kriegt echt jeder hin. Und ist sogar noch einfacher, wenn keine Kamera an ist, denke ich mal. Und ja, also, man kann natürlich sich jetzt streiten, ist das 50 Euro wert? Also, vom Material wahrscheinlich nicht. Also, guckt euch das an. Das ist alles Plastik. Hier ist ein bisschen Gummi. Gut, hier haben wir ein bisschen Klettstoff. Aber ist das jetzt für 50 Euro wert? Ich sag mal so, wenn es denn lange hält, es nicht kaputt geht, nicht die Probleme auftauchen, wie der Doc momentan hat, der Zitronenarzt, wo das alles knarzt und knirscht, dann ist alles okay. Wenn es dann aber sowas verursacht, dann ist 50 Euro einfach zu viel und rausgeschmissenes Geld. Aber da ich am liebsten, was VR angeht, alles für euch hier habe und testen möchte, habe ich es mir natürlich gekauft. Alles geht natürlich nicht finanziell, aber die Sachen, die ich finanziell mir leisten kann, die möchte ich auch auf meinem Kanal zeigen. Und ja, von daher war das mir schon ganz wichtig. Ja, wenn ich ein bisschen damit gespielt habe, gibt es vielleicht auch noch mal ein kleines Fazit, ein Review. Und ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Haut Like drauf, wenn euch das gefallen hat. Und ich würde mich natürlich auch über Abos freuen, wenn ihr meinen Kanal toll findet, wenn ihr solche Videos weitersehen wollt, wie News-Sendungen, Livestreams, Gameplay, ja, sowas hier. Dann Abo-Button nicht vergessen und Glocke aktivieren. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020